Und es geht weiter mit Serious Sam. Ah, Hilfe! Warum tust du das? Es hat gepasst, Serious Sam. Boah, hier brennt's, hier schnetzelt's, hier tust alles. Oh, Rüstung, nice. Ähm, ja. Warte. Ich guck dir dann mal begeistert zu. Na, du Arten, Schloch! Ich wollt' da rüber. Tja. Wo geht's jetzt hin? Ich folg' dir einfach mal nach und hoffe, dass du richtig läufst. Wo bist du? Da bist du. Ich lauf' immer richtig. Ja, 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 ja. Guck mal. Was zum... Hilfe, Rauch! Nein, ich möchte das nicht. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g bin gefangen dann das bei dir auch so standen das und da steht 773 jetzt 10 70 a hilfe ist knurrt hilfe von wo kommt denn afan da würde ding kaputt die waffenslots hier unten werden die alle gefüllt denke viele nette spielzeuge ich glaube hier oben ist nur schutt ich denke man hier hinten ist schon richtig so in die richtung hier saß ja dieses dicke dinge na ja aus den munition noch mehr gesundheit wo bin ich bin ich denn ja ja ach so ich bin schon wieder hier hilfe ich bin schon wieder gefangen hast du spaß komm hast du einen ausblick gefunden oder was ich denke mal wehe wenn nicht warte mal warte mal warte mal ich glaube das war hier ja hier habe ich irgendwas gefunden wo man sachen aufheben kann ok wo ist denn der kleine aber hinten wenn du da hinten die sachen aufhebst dann kriegst du mini geheimnis wir haben das ok weiter geht es warte mal wo geht es denn lang ist muss hier lang das weiß ich hier muss es sein was ist mit diesem komischen loch was ich gefunden habe wo diese dunkle treppe drin war nee da glaube ich nicht ich weiß dass es hier war ja nee hier ist auch nur ein raum ich bin richtig du bist richtig wo bist du das ist nämlich gar zu fettes viech gegangen hallo ja das sieht doch richtig aus ich bin gut gestürzt aber hier ist nicht gut doch komikatze die stück die 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 ja ein schuss noch drin neu die sind die die Stirb schon Geh weg Oh Du hast da ein Auge vergessen Es gibt da jetzt rum Rüstung Ah Verschwinde Was ich schon immer mal zeigen wollte Guck mal was ich kann Hallo Nö kann ich nicht Was Was zum Scheiße Wie ist Mini-Geheimnis Peter Äh Mini-Geheimnis wo Da halt doch mal die Bubble Jaaa Vollgeheim Ja Bei mir steht da nie Geheimnis Konie Vielleicht weil ich es schon gefunden habe Ja das kann natürlich sein Äh Peter Ja Helm Wo ist ein Helm 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 Da hört sich jemand sehr krank an Helm 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 Du musst dich mal an den Rand stellen und dann eh machen. Habe ich doch. Was heißt, du weißt, was du machst? Und wegtreten. Nö. Also ich tritt den weg. Ich hab den gerade das Genick gebrochen gehabt. Oh, okay. Vielleicht von hinten? Ah, Hilfe! Ein Klon durchsiebte mich. Drücke Feuer. Ah, stirb. Nee, nee, ich glaub, ich seh... Nee. Ja, wie? Lol. Was ist denn der von dir? Der ist vorbeigerannt, lol. Ah, da ist er ja. Ja, komm. Komm, komm. Komm zu mir. Komm. Ah, Hilfe! Der war zu nah. Meins. Oh, hallo Günther. Günther. Zack. Hallo. Hallo. Ich glaub nicht, dass wir hier richtig sind. Komm mit. Ich hör was. Ich hör auch was. Und es hört sich nach hier an. Ah, es greicht. Oh, hallo. Ah, lol. Oh Gott. Hilfe. Boah, ganze Wand eingesaut. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Na ja, beim nächsten Regen ist es weg. Oh, was liegt hier drin? Rüsterung. Sieht hübsch aus hier. Jupp. Ah, da hinten liegt noch mehr. Oh, ich höre da schon wieder was. Schrotflintenpatronen voll. Nein. Wie soll man da an mit rankommen? Hab ihn. Ah, aua. Lass deine Kugeln zu Hause. Oh, pack deine Dinger weg. Guck mal, was es hier gibt. Wo bist du? Uh, meins, 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 meins. Oh, meine Schrotmonie ist leider voll. Meine auch. Kann ich jetzt welche nehmen? Nö. Was zum... Blödes Vieh. Guck mal. Uhu. Wo ist das denn? Oh. Ich möchte auch. Oh, Mann. Guck, wow. Genau. Tonsaum schießen. In dem Fall Klierköppe. Schädelbolzen. So, das will ich lesen. Meins. Unter einer Million Menschen hat Gott ihn auskoren. Was? Auserkoren. Wehen? Erkoren. Hier steht's. Du bist weitergelaufen, Arschloch. Ja, ich hab hier auch grad ein bisschen Gesellschaft. Also, es ist nicht so, dass mir jetzt hier arg langweilig wäre oder so. Gib mal dein Auge. Da kann ich das haben. Gib mir dein Auge. Hier, ihr könnt sein Auge haben. Mir hat eins. Ich habe einen Hammer. Auge. Lol. Hä? Wo ist es hin? Ich weiß es nicht. Du hast es verzaubert. Du bist ein Hexer. Oh, da kommt wieder was. Ich will den Kopf. Ich will den Kopf. Ich will den Kopf. Gib mir deinen Kopf. Der Sonnen entgegen. Ah, Aua. Der kommt ja wieder zurück. Ja. Scheiß Schwerkraft. Wer hat die nur erfunden? Ich will die Schwerkraft in, äh, See you Sam Island. See you Sam Island. Ich wäre mal für eine neue Waffe. Ich auch. Wow. So, au, Hilfe. Wer war'n das? Ach, das war der Günther. Der Günther. Bei mir heißt es jetzt alles Günther. Das war der Günther. Da kommt noch ein Günther. Ah, lass das. Lassen Sie das bitte bleiben. Pack die Dinger weg, Günther. Es hat mich gebissen. Du, hinter dir. Das könnte schmerzhaft werden. Springt nicht so rum. Ihr seid ja noch nerven, da ist früher. Ah, oh, was zum. Man reißt mich in Stücke. Ich mag das nicht. Oh Gott. Zack. Ah. Ja, so kann man auch Munition verschwenden. Hahaha. Yay, das macht fun. Ah, sü- Ah. Ah, süß. Das ist früher. Aua. Aua. Nein, tu mir das nicht an. Verschwindet doch einfach alle. Gib mir deinen Kopf. Gib mir deinen Kopf. Danke. Oh Gott. Wie viele von denen kommen noch? Ich bin so viel. Das trennen wir hier wie wild um den Block. Das ist armselig. Nicht nach hinten vorwärts. Stürmen. Lol. Irgendwie lief das nicht so gut wie geplant und so. Äh. Geht's dir gut? Boah, wie viele Zähne hat der? Hier auch schon wieder so ne Sache. Wieso kann ich jetzt den seine Leiche sehen? Peter. Ey. Hahaha. Ich versteh's echt nicht, Leute. Fing's ich? Die Bullimong-Leichen hier, die finde ich, aber alles andere nicht. Stirb, Olaf. Oh, ich bin ja mal süß. Haha, lol. Machst du das bei kleinen Kindern im Park auch? Na klar. Du bist aber süß, Krawamp. Ich geb den Sprengstoff in die Hand und dann... Oh, ich bin ja mal süß. Das ist belgischer Sprengstoff. Mehr nicht. Ach, nö. Äh, was kommt da? Motivation. Ich hab süß gekauft, um mir die Landschaft anzugucken. Echt? Es ist jedes Mal dasselbe. Ach, der lebt noch. Warum sagt der keinen Ton? Ich will dein... Ich will dich nicht analysieren. Ich wollte deinen Schädel. Ah, ich hab noch einen Schädel. Friss den Schädel deines Bruders. Oh, Mann. Ich weiß doch, meine... Oh, oh. Da gibt's, glaub ich, ne neue... Nicht du. Nimm den Schädel. Ah, wieso denn auf mich? Hilfe. Hier gibt's, glaub ich, ne neue Waffe, oder? Nee. Gibt es dafür keine Belohnung? Okay, wenn der jetzt nochmal kommt, zieh ich den einen übern Schädel. Paz. Später wüsste die... 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 scalpen... Au, ich hasse sie. Ne, später wüsste die Bibe nimmt, ich weiß... warum? Da gibt's eine schöne Waffe. Oh, okay. Drücke Feuer. Hast du ihn? Hast du gut gemacht. Ach, hier war gar nichts drin. Schönen Dank für die Verarsche. Oh, toll, wir dürfen das Haus. Wer wohnt hier? Garrett, ich muss den Angest Sonrakmale... Es ist zu haチャンネル und ich kann mich nicht da reisen. Direkt's den und ich komme und!" alles klar dann sehen wir uns dann sehen wir uns im nächsten part in dem die schrott mit aus meinem gesicht dann sehen wir uns im nächsten part wieder macht es gut